Hallo liebe Fußballfreunde! Thema Ui und Berlin 2. Bundesliga 2017 2018 32 Spieltag SV Darmstadt 98 gegen Ui und Berlin 3 zu 1 Start ist SV Darmstadt 98 Heuer Endenens Skitiru Korikire Zülü Holland Marvin Kempe Medevic Jonas Halt Palate Startelf Ui und Berlin Mesele Trimel Leistener Torion Parkerson Hedrich Hüstener Kokia Helland Redo Redo Skabarski Das war's Das war's von SV Darmstadt 98 gegen Ui und Berlin 11.01 Uhr Bewölkt an 20 Grad in Freizeim Time 1 2 1 2 2 5